Wusste ich's doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann nicht klagen. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Wysima ist lang. Ich hab keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Wysima. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Los, keine Angst vor Hexer. Ich hab einen Schildkundenstab. Ohne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020